Jetzt ganz hoch, ganz hoch, zeig's mir, komm, wo's hoch geht's. Komm, ich folg dir. Aha, da geht's also hoch. So, komm, zeig's mir mal. Aha, schön. Aha, da oben bist du also. Hallo. Papa, komm, geh da drunter und dann kann ich dich von hier ausgucken. Hast recht, genau, ich komm. Papa, ich bin hier. Zeig mal, hallo. Hallo, Mausi, hallo. Sie ist alles von da oben? Schön. Okay. Kannst du da rauskommen? Ich warte auf dich unten. Und dann geh ich noch auf eine andere. Genau. Komm, Alessia. Komm, Alessia. Wo bist du? Maron, 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 wo bist denn du eigentlich? Hier bist du? Ah ja. Ich helf dir. Ich helf dir, komm. Komm, ich helf dir doch. Komm. Komm, es geht doch. Was hast du denn? Es geht doch. Warum ist das? Warum ist das? Ich helf dir noch. Ach, was? Es geht doch, du bist schon groß. Achso, jetzt bist du von einem Pilz zum anderen. Kann man da rüber gehen? Ja. Ich habe auf dich da vorne gewartet. Ich dachte, du kommst da hinten. Dabei kommst du hier runter. Schön. Schön hast du gemacht. Schön. Und der andere? Kann man da auch rein? Komm, geh mal da rein. Komm. Komm. Hoch. Was ist's? Hoch geht's? Treppe hoch. Komm. Komm, hast Angst. Komm. Ist ganz einfach. Ja, nur die Treppe hochlaufen. Komm. Hoch und wieder runter. Aber da ist es nicht auf. Doch. Nee. Doch. Das ist nur, dass man nicht runterfliegt. Komm. Guck mal. Ich guck mal nochmal hoch. Soll Papa wieder hoch, oder? Ja. Soll nicht voraus oder du hoch? Gehst du nach vorne oder ich? Du sollst nach vorne gehen. Gehst du nach vorne gehen? Also komm. Komm mit mir mit. Komm. Komm, Max. Komm. Einfach da hoch. So wie der Papa hochlauft. Komm. Oh oh. Ein. Zwei. Zwei. Vier. Fünf. So. Siehst du? Das hast du Papa gesagt. Guck mal. Da kannst du gar noch rüber gehen. In den anderen Pilz rein. Wirst du mal da mal rausgucken nochmal? Papa, weißt du was? Die ist so erotisch. Ich bin auch so. Und bumm. Oh, Hunde. Ja? Guck mal da hinten kann man noch in den anderen Pilz rein. Da ist noch ein anderer. Da kann man auch noch reinlaufen. Siehst du? Kleine Häuser. Komm. Guck mal. Komm, lauf mal vor. Guck, da ist noch ein Pilz, wo du reinlaufen kannst. Guck. Kannst dich verstecken. Komm. Und da sind alle miteinander verbunden. Guck. Und da hinten gibt es auch noch ein Ausgang. Guck mal. Siehst du mal. Siehst du das nicht? Komm, lauf. Ich will dich sehen. Das auch. Das ist nicht vorbei. Jawohl. Schön. Hallo, Jansi. Macht doch Spaß, hm? Papa, komm mal, hier sind noch Pünke. Zeig mal. Papa, komm ich da. Komm, jetzt geh mal da mal rein. Komm, da rein. Komm. Okay. Hast du das Bild doch schon reingegangen? Bist du schon da drin gewesen? Ja, das Bild doch noch was. Also, dann musst du Papa jetzt da durch, oder? Ja. Komm ich da überhaupt durch? Oh, ich bin so groß. Oh, komm. Oh, er hat es geschafft. Und da? Geht's auch noch rein. Okay. Kuckuck. Hallo. Und da bist du vorher runter, gell? Und da hast du gesagt, du kannst da nicht mehr runter. Also, geh mal lieber die Treppe wieder. Ich geh jetzt noch hier schnell durch. Bist du? Da, jawohl. Okay. Wo? Wo? Hier? Zeig mal. Hallo. Hehehe. Da. Da vorne. Äh, alles ja. Hier. Wo ist los? Rutschig. Rutschig. Hallo. Da muss Collin hoch hier. Hier ist schön für Collin zum Laufen. Wo ist Collin? Aber Collin kann da uns hochketten, weil Collin weiß ich schon hochkletten, aber die kann... Hallo. Hallo. Kuckuck. Papa, komm rein. Hallo. Kuckuck. Hehehe. Hä? Jetzt merkt man's, gell? Aber wir mögen noch Trin gehen. Hallo, Collin. Kuckuck. Papa, magst du mal mit mir zusammen in der Leilandee reingehen? Hä? Papa, Papa, in der Leilandee reingehen. Ja. Und hinten guckst du? Aber hier möchte ich mal mit Collin hoch. Ich möchte dir das mal zeigen. So, was war hier? Hier kommen wir ja auch runter. Hier ist ne Glätter noch, kann man alleine machen. Aber da gehen wir, aber da gehen wir nicht runter. Doch, aber ich kann das noch. Ich will mir den anderen. Kommt, ich wollte dir zeigen, wo man noch runter gehen kann. Guck hier. Hier kann man auch noch runter gehen. So. Da, so. Da, schau. Hier gehen wir hoch. Hier gehen wir runter, ist leichter. Siehst du? Du voraus. Du musst immer schön an der Seite heben, gell? Nicht das mit der... Weißt du wie? An der Seite immer, genau. Immer schön damit gehen. Und ganz langsam, ganz langsam. Genau. Genau. Dich schön festhalten. Schön gemacht. Warte, Papa hebt. Nee, da unten machst du nichts. Papa hebt dich. Papa hebt dich. Komm. Und doch. Gut. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Ich komme, Papa, komm. Papa ist doch. Komm. Oh, ich kann nicht mehr runter gehen. Nicht doch. Lass dich mal einfach fallen. Lass dich einfach mal fallen. Ja? Ja, aber schön. Nee, Papa, hab dich fest. Papa, du kannst gar nicht gut unterfliegen. Papa, die hebt die ganze Zeit. Papa, hebt dich wirklich noch ein paar Stück. Haben wir schon geschafft. Noch ein paar Stück. Ja, das muss man schon noch runter rücken. Richtig. Aber ich kann schon runter rücken. Das kannst du, gell, Schatz? Gepa, das kann ich dir zeigen. Jawohl. Schön. Schön machst du das, Bälle. Eine. Und Papa, lass dich jetzt. Reine. Hüpf, jawohl. Schön. Dann müssen wir mal einen anderen rein. Gepa, das ist mein Schatz. Schön.